Du musst auch nicht jedes Meeting selber organisieren und gestalten. Gib diese Verantwortung aus der Hand und gib verschiedenste Meetings verschiedensten Leuten, auch wenn es zum Beispiel nur dein Team betrifft oder es kann auch gerne teamübergreifend sein. Viele Meetings, die sich eignen würden, dass du sie anleitest und hältst, musst du aber nicht halten. Da gibt es sehr schöne Beispiele dafür. Und erstens bringst du sozusagen Verantwortung zu anderen Personen. Du nimmst von dir wertvolle Zeit weg, dieses Meeting vorzubereiten. Du hast in dem Meeting selber nicht diese Moderatorenrolle auf, also den Hut auf von der Rolle, was wir schon auch letztens, glaube ich, wieder vermehrt besprochen haben, dass es einfach ungeschickt ist, selber Entscheidungsträger zu sein, Moderator zu sein etc. Diese Rollen ein bisschen verteilen und außerdem gibst du einfach den anderen Möglichkeit, sich zu etablieren, zu üben, Besprechungen entsprechend anzuleiten, anzuleiten, Besprechungen zu planen, zu halten und all das, was es halt braucht, um ein verschiedenartiges Team irgendwie zusammenzuhalten, zu fördern und gleichzeitig du selber gehst nicht in Arbeit unter. Anugerrande und Kirche Eternatoren Vielen Dank.